hallo heute mal wieder kino beziehungsweise indirekt kino es geht mir um die werbung im kino im vorprogramm es gab ja früher diese diashow als einzelbilder die der projekte projiziert wurden und dazu lief dann wieder musik oder passen die irgendwas zum tonband in irgendeinem kasperl der dann seinen werbetext vorgelesen hat und da gab es auch 1990 1991 vom swf 3 nicht mit swr nicht verwechseln der swr hatte erst 98 dann die sendeplätze eingenommen vom swf gab es vom swf 3 sonst solche werbespots und man könnte sagen als werbung noch erträglich waren nehmen auch so zeitgeschehen nehmen sie auf die schippe und alles mögliche jüngeren unter euch die werden mit vielen sagen wahrscheinlich nichts anzufangen müssen ich schätze mal so generation 30 35 plus die dürfen da so er dann noch was davon mitbekommen haben was damals alles passierte vielleicht auch so knappe fährt sich vielleicht bei manchen ja dem ist auch egal und die dieses bots kam auf tonbank kassette leider habe ich dazu keinerlei ideas oder irgendwas weiß auch nicht mehr was dazu projiziert wurde aber kam dann jede woche kam das auf einer tonbank kassette sondern eigentlich nach abspiel der woche dann auch wieder zurückgeschickt werden irgendwie haben es einige kassetten geschafft dem recycling tod zu entbinden das auch immer passieren konnte die weiß es nicht und die habe ich mit dann auch die lange ewigkeiten ihren wurm hat so in der freizeit seinen spaß gehabt hat sie leute vorgespielt natürlich dann das ganze dann auch sehr positiv dann wahrgenommen haben und habe sie wie gesagt hat irgendwann geritt und lag dann ewigkeiten rum und die kassette lang dann auch im schrank in dem karton und hat jetzt vor kurzem hatte ich dann die kassette mal raus gekramt habe mir so holzregale geholt wo man die reinstecken kann und ein paar covers repariert hüllen ersetzt die einleger die jay cards wie der ami so sagt der kai deitsch kann dann teilweise neue gemacht auch für die ssf3 kassetten dann welche gemacht und da kann man so idee über 30 jahre her man findet im internet null nothing gar nichts nirgends das wird nirgends erwähnt sucht man nach ssf3 radio times ja wir landen wahrscheinlich wieder bei diesem video auch habe ich im filmverführer forum post abgelassen umfragt kann sich jemand daran erinnern weiß jemand hat jemand ich habe die und die keine reaktion wundert mich bei dem forum eh nix aber trotzdem das andere thema das heißt es bleibt bei dieser sammlung die ich da jetzt selbst besitze und habe die jetzt mal dann zusammengeschnitten und ihr seht ihr nach meinem langen monolog der jetzt schon dreieinhalb minuten lang ist kurzum ich bin schade dass man dazu überhaupt nichts im netz findet und sowas soll für die nachwelt erhalten bleiben gerade weil es zeitgemäß einiges aufgreift und das heute ja keiner mehr denkt und wünsche euch viel spaß und soll das irgendwelche copyright claims geben tja irgendeiner muss die arbeit tun habt viel spaß sbf3 macht schlau heute sächsisch für anfänger Ich sage das hier und heute immer wieder, wieder, wieder. Ich bin der Kanzler aller Sachsen. Geh! Ich geh nicht. Ich bleibe. Ich bleibe, was ich bin. Kanzler. Kanzler mit Geh! Kanzler! Die Sachsen sprechen das gar wie ein Geh. Ach, gut. Dann sagen die Sachsen ja, Gul ist der Größte. Der Größte heißt Sächsisch der Putzüberste. Ich der Putzüberste? Kommt ja überhaupt nicht in Frage. Dann sagten sie lieber Bismarck. Mein Gutster, nun wollen wir nicht plavatschen, na wahr? Die Geschichte spricht eine deutliche Sprache. Sprechen Sie Sächsisch, Eiferpipsch. Ah, Buchstabe R. Sagen Sie mal Aßen. 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 Hey, Aßen. Aßen. Das ist ja wieder Vergangenheit. Wir essen, wir Aßen. Nun denken Sie nicht immer nur an das eine. Für das andere habe ich als deutscher Kanzler keine Zeit. Ich widme meine ganze Kraft der Politik. Aßen ist Sächsisch und bedeutet so viel wie Geld ausgeben, Schilden mochen. Also können Sie nicht mit einem anderen Wort anfangen. Das Wort geht mir auf den Käse. Grümelkäse. Sprechen Sie Sächsisch. Grümelkäse. Grümelkäse. Sagen Sie mal, ist das etwas zum Essen? Grümelkäse bedeutet Baccatelle. Also doch etwas zum Essen. Baccatelle, Alforno. Ess ich immer in der Pizzeria. Aber die bekommen Sie ja auch. Italienisches Gelumbe. Murks. Karl Murks und der Murksismus sind am Ende. Mein neuer Freund Luther, die Messia hat so ein... Was heißt denn eigentlich Uckersheim auf Sächsisch? SWF 3 Radio Times. Auch beim nächsten Mal. Unverwechselbar. SWF 3. Das Original. Mieser kleiner Werbespruch. SWF 3 hilft wählen. Heute Polit-Test mit SWF 3-Pförtner Erwin Kubicke. Seien Sie mal ehrlich. Wissen Sie schon, wo Sie das nächste Mal Ihr Kreuzchen hinmachen? Bei Oskar oder bei Helmut? Ein ausgesprochener Traumkandidat ist für mich ja keiner von die beiden. Der Oskar ist mir ein bisschen zu pfiffig. Der kann so schnell Positionen wechseln, dass man mit dem Kiken ja nicht mehr hinterherkommt. Manchmal fragt mir, Erwin fragt mir, hat unser sozialdemokratischer Kanzlerkandidat Prinzipien? Und wenn ja, welche? Und wenn welche, welche denn gerade heute? Der Kohl ist da ja anders. Der ist nicht so fix mit dem Kopf. Deswegen nimmt der auch lieber ja keine Position ein, dann merkt doch keiner, wenn er sie wieder räumen muss. Der Vorteil an Kohl ist ja, er überfordert seine Zuhörer nicht. Nicht mal nach dem siebten Bier. Dafür ist er auf einem anderen Gebiet echt anstrengend. Bei den Männerfreundschaften. Die erste echte Männerfreundschaft, die mit Strauß endete, für Strauß ja tödlich. Geißler musste in die Wüste, Blüm wurde in Nordrhein-Westfalen auf seine natürliche Größe eingedampft, Süßmut in Niedersachsen verheizt. Ja, wissen Sie noch, wer Dregger war? Dit ist dieser alterne Dressman mit Stahlhelm. Dit waren alles mal Freunde von Helmut Kohl. Da ist ja der Oskar jans anders. Der hat nie gesagt, der Vogelhansi ist mein Freund, bevor er ihn abgeschossen hat. Und dat der Oskar die Anke Fuchs nicht verknusen kann, dit liegt einfach daran, dat die auch mit flachen Absätze länger ist als er. Und dat kann unser Oskar, dat größte laufende Meter von der SPD, nun mal auf den Tod nicht leiden. Deswegen ist wohl am besten, ich back mir meinen Kanzler selber. Überzeugter Berliner müsste er sein, sowieso. Gradlinig, uneigennützig und treu wie Oskar. Weltoffen und redegewandt wie Helmut der Gesamtdeutsche, hieb- und stichfest, auch auf glatten Parkett wie Oskar, ein Frauentyp wie Helmut und auch so frei von Machtgelüste wie er. Dit ist dit Material, aus dem man Kanzler backt. Ist doch wahr. SWF 3 Radio Times. Auch beim nächsten Mal. Unverwechselbar. SWF 3. Das Original. Dieser kleiner Werbespruch. SWF 3 gibt Lebenshilfe. Heute Perfekt-Tennis spielen in zwei Minuten. Wollen auch Sie reich und berühmt werden? Wollen auch Sie laufend den Tennisschläger und die Freundin wechseln? Wollen Sie, dass Sie die Herzogin von Kent kennt? Und wollen Sie abends mit André mal a Gassi gehen? Kein Problem mehr. Denn nur bei SWF 3 lernen Sie Profi-Tennis mit dem Weltstar. Der Aufschlag. Ah, also der Aufschlag, der muss dem Gegner Probleme machen. So zum Beispiel, wenn ich ein Buch aufschlag, dann macht mir das schon tierisch Probleme. Surf and Volley. Ah, also da möchte ich mal was sagen. Gegen die zwei, da spiele ich überhaupt nicht gern. Der Center Court. Also der Court, ne, der Center Court. Also ich glaube, das ist ein Bruder von der Center Berger. Out. Also das ist irgendwie, wenn man kräftig auf den Ball drauf out, aber da kriegt halt immer der andere den Punkt. Outgerechnet der. Der Tennisarm. Ah, that's really Bullshit. Amin vom Tennis wird man nicht arm. Das Ass. Also die Karin, ne, das war so ein richtiges Ass. Äh, die hat mich nämlich, äh, sitzen lassen, aber, äh, you know, das geht mir total am Arsch vorbei. Der Grand Slam. Also für den Grand Slam, da braucht man ziemlich, äh, Power. Äh, also Amin, äh, ich hab ja schon ziemlichen Bums, ne, aber, äh, äh, ich hab auch der Karin damals schon gesagt, äh, viermal hintereinander. Ja, also, das, äh, das bring ich einfach nicht. SWF 3 Radio Times. Auch beim nächsten Mal. Unverwechslung. SWF 3. Das Original. Wieser kleiner Werbespruch. SWF 3 klärt auf. Heute Leuchtturmwärter Hein Piepenbrink, Agathe nickt mit dem Kopf. Diener, SWF 3 im Kino. Herr Butler, Piepenbrink hier, sagten Sie Kino. Richtig, Herr Piepenbrink, ich sagte Kino. Agathe, der lüde Klugscheißer von diesem SWF 3 Radio aus dem Süden ist in Kino. Von meinen Gebührens macht der sich da so ein Lenz nickt. Oh mein Gott. Sie hat das gehört, Herr Butler, sie nickt mit dem Kopf. Herr Piepenbrink. Was machen Sie in Kino? Haben Sie nichts anderes zu tun, bei zwei Millionen Arbeitslosen, oder was? Herr Piepenbrink, ich bin hier, um den Leuten etwas über SWF 3 zu erzählen. Das schon mal so richtig dicken Hering, nicht? Ist das schon mal ein Jahr, nicht? Erst Leute Einsperren tun und dann auch noch die Ohrens vollsappeln tun. Ja, Herr Piepenbrink, ich sabbel hier nichts voll. Ich kläre auf. Haben Sie das? Das habe ich, aber nun sagen Sie mal eins, Herr Butler. Ja, bitte. Warum machen Sie das in Kino? Na ja, weil man da viele Leute auf einmal hat. Und die nicht weglaufen können, oder was? Vielleicht ja. Herr Butler, nun sagen Sie noch mal eins, nicht? Was denn noch, Herr Piepenbrink? Herr Butler, wollen die Leute in Kino nichts von Fehnsehen tun, oder was? Ja, ich glaube schon. Sehen Sie, und nun sitzen Sie da und puppen die Leute voll mit ihren Gesappeln. Wenn hier einer puppt, dann sind Sie das, Herr Piepenbrink. Sie haben mich doch angerufen. Soll ich denn wissen, dass Sie von meinen Gebührens ins Kino gehen tun, nicht? Herr Garde hat das auch nicht gewusst. Ist nicht so, Herr Garde? Herr Garde nickt mit dem Kopf. Nun wissen Sie es, Herr Piepenbrink. Kann man denn nun uns auch noch sehen tun, dass wir miteinander labern tun, oder was? Nein. Herr Butler, ist das nur Kino oder nicht? Es ist Kino, Herr Piepenbrink. Herr Butler, aber in Kino hat man doch immer Bilders, nicht? Und dann kann man uns auch sehen tun, oder was? Das kann man nicht, Herr Piepenbrink. Herr Butler, erzählen Sie mir hier doch nichts von Hering. Herr Garde, zieh dir mal was über, wir sind in Kino. Ich glaube es ja nicht. Herr Butler, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir doch was anderes angezogen, nicht? Und nun habe ich nur noch eine Frage. Die allerletzte, Herr Piepenbrink. Herr Butler, ist der Marika Röck auch da? SWF 3 Radio Times. Auch beim nächsten Mal. Unverwechselbar. SWF 3, das Original. Dieser kleiner Werbespruch. SWF 3 Radio Times. Die ganze Welt spricht über das vereinte Deutschland. Was sagen die Franzosen? Oh, ein großes Deutschland. Oh, das ist doch wunderbar. Ich freue mich, dass die Deutschen wieder zusammengehören. Und die Engländer? A big Germany. Oh, that fucking country with those ugly, fat and fanatic people. Oh, dieses wunderbare Land mit seinen fleißigen, friedfertigen und bescheidenen Bürgern hat es wirklich verdient, endlich wieder zusammen zu sein. Und die Holländer? Schau dir verdammt mich. Ich kann nicht verstehen, was alle Tage passen auf der Regel in Holland. Gott sei Dank. Jetzt endlich können alle Deutschen in unser kleines Land kommen und uns an der Nordsee besuchen. Wir freuen uns. Nur drei Beispiele aus einer großen Welt, die sich mit uns freut. Wir sind wieder beliebt. Deutschland. Alles, was ein Land braucht. SWF 3 Radio Times. Auch beim nächsten Mal. Unverwechselbar. SWF 3, das Original. Mieser kleiner Werbespruch. SWF 3 Radio Times. SWF 3 sieht Sterne. Heute die Elmi Astro Show. Und jetzt. Aus dem Fitnessstudio von Erich Honecker in Belitz kommt euer höchstpersönliches Horoskop. Waage. Bei einer zünftigen Keilerei auf dem Christkindlmarkt in Bayern. Jumai. Gerätst du im Handgemenge zwischen vier Skinheads und einem Spekulatius. Und nun bist du der erste Mensch, der 32 Zähne hat. Alle oben. Stier. Du stellst am Mittwochabend fest, dass du an sich ein bisschen blöd bist. Hat lange gedauert, aber tröste dich. In deiner Verwandtschaft fällt das gar nicht auf. Jungfrau. In den späten Abendstunden wirst du dir die Oberlippe an der Spülmaschine aufspalten, wenn du versuchst, dein Meerschwein aus dem Toaster zu retten. Widder. Dein Verhältnis zu deinem Nachbarn kühlt merklich ab, wenn du nächste Woche mit einem Geländewagen über deinen Zwergpinscher fährst. Das wäre ja nicht weiter schlimm, aber als er dich dabei erwischt, wie du den Hund in seinen Briefkasten schieben willst, gibt's jede Menge Zoff. Krebs. Dein Einkommen vergrößert sich, aber auch gleichzeitig deine Leber. An klaren Tagen hängt sie dir zum Hals raus. Löwe. Deine Zahnspange verhakt sich im Telefonhörer und du bist zwei Stunden lang mit der Auskunft in Karlsruhe verbunden. Bitte legen Sie mich auf. Wir sind zur Zeit alle belegt. Wassermann. Typen wie du werden sehr oft von hinten erschlagen. Dreh dich doch mal um. Steinbock. Du wirst am kommenden Donnerstag mit Lobreden, Blumen und Ehrungen nur so überschüttet. Wahnsinn, hä? Aber so ist das nun mal, bei einer Beerdigung. SWF 3 Radio Times. Auch beim nächsten Mal. Unverletzbar. SWF 3. Das Original. Mieser kleiner Werbespruch. SWF 3 ist tierlieb. Heute drei Elefanten im Studio. Als erster Gesamtdeutscher Gesamtkanzler, das ist die traditionelle Elefantenrunde. Ihre Dickfälligkeit, Herr Bundeskanzler, Herr Kollege Fugl, gerade Sie müssen Ihren Rüssel nicht überall hineinsticken. Meine Ohren sind ein beständiger Bestandteil jeder Elefantenrunde. In aller Sachlichkeit darf ich daran erinnern, dass jedes Kind in der Schule lernt. Ich habe meine Hausaufgabe gemacht. Aus meiner letzten Afrika-Reise habe ich gelernt, dass der afrikanische Elefant größere Uhren hat als der indische. Die Probleme der dritten Welt gehören nicht in diese Runde. Genau, Herr Kollege Fugl. Aus meiner letzten Hamburg-Reise habe ich gelernt, dass der Rieser Olufti ganz unglaubliche Uhren hat. Herr Kollege, das gehört wirklich nicht in die Elefantenrunde. Richtig, Herr Bundeskanzler. Elefanten sind Pflanzenfresser mit ausgeprägten Sozialverhalten und Sozialverhalten hat Ihre Regierung nicht gezeigt. Der Sozialminister Norbert Blüm stand aus Rüsselsheim. Auch das ist ein Beitrag zur Elefantenrunde. Außerdem hat mein Amtsvorgänger Kaiser Karl de Kuse den ersten Elefanten in Deutschland besissen. Das steht in den Geschichtsbüchern. Die Kassenbücher sind entscheidend die Kassenbücher und die Parteibücher Der Elefant draußen im Land und drunten im Büsch Georg Büsch hat mir neulich wieder gesagt Hilmut You are my big elephant Aber Herr Bundeskanzler ist es nicht so dass der Elefant vom Haussterben bedroht ist? Herr Kollege Fugl das gilt doch wohl auch für diverse Fuglarten. Und was ist mit der Wahl? Ist der Wahl nicht auch bedroht? Nein Herr Kollege Gintscher der Wahl ist entfieben. SWF 3 Radio Times Auch beim nächsten Mal Unverwesendbar SWF 3 Das Original Mieser kleiner Werbespruch SWF 3 SWF 3 Radio Times SWF 3 SWF 3 SWF 3 enthüllt Heute erhellendes über Dunkelmänner Fast jeder Mann war quasi ein Leben lang beim Stasi Selbst der Kanzler war nie ohne MFS Spione Wir haben es aus erster Quelle Es gibt noch viel viel schlimmere Fälle Mein Name ist Katharina C Seit meinem zwölften Lebensjahr tanze ich als Funke Marieschen im Kölner Karneval Ich verstehe Mein Mann ist Führungsoffizier Aber nicht nur Jecken hab ihn Dreck am Stecken Mein Name ist Wilfried K Mein Hobby seit zwölf Jahren KGB Kleinjarten Kolonie Berlin Ich verstehe Ich bin schon immer von Maulwürfen unterwandert Doch nicht nur harmlose Floristen Kunkelten mit Kommunisten Mein Name ist Rolf E Bis zu meinem Tod vor zwölf Jahren war ich Briefträger Ich verstehe postmortal Leichen pflasterten mein Weg Jeden Morgen Hunderte von Tonbriebketten Aber nicht nur unser braver Rolf kassierte Geld von Markus Wolf Mein Name ist Mehmet Ö Seit zwölf Jahren habe ich Totalräumungsverkauf in meinem Teppichgeschäft Ich gestehe mein Laden ist voller Überläufer Nicht nur durch das Teppichweben kommt man an ein Doppelleben Mein Name Sven L Ich bin zwölf Jahre alt Ich gestehe ich bin Doppelagent Ich bin Sven L Ich bin der Doppelagent Misch dich nicht immer ein Wer mischt sich ein Ich bin Doppelagent Quatsch Halt's Maul Halt du's Maul Sonst hau ich dir eine rein Nein, ich hau dir eine rein SWF 3 Radio Times Auch beim nächsten Mal Unverletzbar SWF 3 Das Original Mieser kleiner Werbespruch SWF 3 SWF 3 Radio Times SWF 3 sieht Sterne Heute die Elmi Astro Show Und jetzt Aus dem Haarteil der Fürstin Gloria von Tut und Blasnix und dem Toupet von Rex Dildo kommt euer Horoskop für 1991 Widder Auf deiner Armbanduhr bricht der große Zeiger ab und jetzt weißt du nie, wann viereinhalb Minuten rum sind und hast für den Rest deines Lebens immer harte Eier Schütze In einem First Class Restaurant bestellst du als Vorspeise Quietschlorin Der Kellner lacht sich kaputt und sagt Monsieur, mein Herr Das heißt Quietschlorin, n'est-ce pas? Du haust ihm ein paar aufs Maul und sagst Wie heißt das Ding? Quietschlorin Okay Jungfrau Immer noch? Steinbock Im Laufe der nächsten Woche wächst er eine Gurke aus dem Ohr Das kommt umso überraschender, weil du eigentlich Karotten gepflanzt hast Fisch Deine plumpe Unbeholfenheit erreicht diese Woche einen Höhepunkt Wenn du bei einer Einladung nach einer Stunde merkst, dass du auf der Katze deines Gastgebers sitzt Witze wie Jetzt kann man sie aber glatt unter den Teppich schieben Kommen nicht sehr gut an Krebs Am Ende deines Geldes hast du noch jede Menge Monat Wassermann Demnächst erscheint ein Zähler bei dir vor der Haustür Stell ihn einfach auf Null Schütze Dein Einstand im Schützenverein war phänomenal Wie heißt er so schön in den Vereinssatzungen? Werde Mitglied im Schützenverein, treffe Freunde Dass du gleich 9 Freunde getroffen hast, 5 an der Schulter und 4 am Knie, finde ich einfach toll Zwilligen Unser Bundeskanzler erscheint dir im Traum Das ist hart Jetzt könnt ihr nur noch Amnesty International helfen SWF 3 Radio Times Auch beim nächsten Mal Unverwesendbar SWF 3 Das Original Mieser kleiner Werbespruch SWF 3 ist schnell Heute ein ganzes Jahr in 2 Minuten Schlagzeilen Januar Winterstürme In Westdeutschland fegt's Dächer weg In Ostdeutschland die Fundamente Historisch Der Backwahn kommt in den Himmel Die erste deutsche Terminbörse wird eröffnet Handel mit Zukunften War in der Vergangenheit verboten Schlagzeilen Februar Zu Fuß durch die Antarktis Reinhold Messner und Arvid Fuchs Sind am Ziel McBurdo bucht Am Ziel Tun ihnen die Füße weh Vater Beimer fliegt aus der Lindenstraße Opa Stoltenberg verteidigt die Tiefflieger Schlagzeilen März Volkskammerwahl in der DDR Die bald die frühere ehemalige Ex-DDR wird Wahlkampf mit Bonner Limousinen Marke Mercedes Trabant Queen Elizabeth's Enkel Fergie's Baby Kaiserschnitt im Königshaus Schlagzeilen April April, April Schlagzeilen Mai Europatournee der Rolling Stones Die Musiker reisen mit dem Seniorenpass Die Passpflicht innerhalb Deutschlands wird abgeschafft Deutsch-Deutscher Staatsvertrag Die Uhren in ganz Deutschland werden um eine Stunde vorgestellt Damit es mit der Einheit noch schneller geht Schlagzeilen Juni Gipfel In Washington Barbara Busch und Raisa Gorbatschowa Auch die Ehemänner nehmen teil Gipfel in Rom Mondiale Noventa Fußball-Weltmeisterschaft Das Maskottchen heißt Ciao Und Fußball-Weltmeister Beckenbauer sagt Ciao mal Schlagzeilen Juli 1 zu 0 und 2 zu 1 Sind die Ergebnisse der Weltmeisterschaft und der Währungsunion Schlagzeilen August Sommerferien Gute Nachricht Die Algen an der Adria sind nicht bedroht Temperaturen und Benzinpreise gehen rauf und runter Schlagzeilen September Deutschlandvertrag der Alliierten Ganz Deutschland wird ganz souverän Schwarz-rot-goldener Oktober Die sogenannte frühere ehemalige Ex-DDR ist verschwunden Wie eine Stasi-Akte Schlagzeilen November Die Uhr tickt Sagt Präsident Bush Präsident Hussein tickt nicht richtig Der Dollar ist gefallen Golfsoldaten noch nicht Schlagzeilen Dezember Bundestagswahl Milli Vanilli geben ihre Erststimme Frank Fari an Helmut Kohl wird Nummer 1 Hit SWF 3 Radio Times Auch beim nächsten Mal Bundeswehr Werbung Fabrik 9 Tornado Mann Diese Freiheit hast du nur bei uns Bei der Luftwaffe In der Bundeswehr Bundeswehr Werbung Spot 2 Mal was anderes sehen Urlaub machen und trotzdem nicht abschlaffen Y-Reisen Feldübungen unter dem ewig blauen hellenischen Himmel Kriechen auf Kreta Rödeln auf Rodos Kollaps auf Korfu Y-Reisen In den Spurrillen der alten Römer Panzer fahren im Pizzaland Heiße Manöver in Siziliens sängender Sonne Exklusiv bei Y-Reisen Der Reiseveranstalter der Bundeswehr Jetzt auch mit Cluburlaub Ausgesuchte Häuser mit Einzelbritschen Y-Reisen Handverlesene Animateure reißen ihnen den Arsch auf Noch ehe sie braun sind Y-Reisen Noch heute buchen Bei der Bundeswehr BW Dei Ding Bundeswehr Werbung Spot 3 Also ich verstehe hier kein Wort Dann komm doch zu uns Rechts auf Bundeswehr Wir sprechen Deutsch BW Dei Ding SWF 3 Radio Time Auch beim nächsten Mal Unverwechselbar SWF 3 Das Original Mieser kleiner Werbespruch SWF 3 Radio Times SWF 3 ist international Heute kulinarische Urlaubsvergnügen im Test Werner Schibulski Ihre Wertung für Jugoslawien Jugoslawia Jugoslawie Ich sag nur Schivapschischi Also absolute Katastrophe Das Knoblauch Die ganze Familie ist an Aufstoßen Und das drei Wochen lang Also überall packen die Dieses Zeug rein Vielleicht haben die da unten noch nichts anderes Ich weiß ja nicht Also beim ersten Biest Ist ja noch alles klar Ziemlich frikadellemäßig Und dann Als hättest du ein Fortfressbrett gekriegt Nee 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 Das Knoblauch da unten Das könne sich die Kerle Serti in die Haarwurzel einmassieren Nun die Wertung für China China La China Also bei diesen China-Männer Da gibt es als Nachtsicht Da diese Glückskuchen Oder was Ich nicht lang gefackelt Runter mit das Ding Ich denke noch Schmeckt ja noch nix Das Teil Auf einmal kreischt Wer nah nicht essen Da sieht die Papierschnitzel Mit unserer Zukunft drin Ich in helle Panik Wenn da jetzt Ne Lottozahlen drauf waren Und ich Idiot Fress den Jackpot auf Also Tag später Auf das Klo Finde ich das Schnippelchen Und was steht da drauf Vielen Dank Für Ihren Besuch Nun die Wertung Für Mexiko Mexiko Mexik Also letztes Mal In Mexiko Da bin ich ja Den Sensemann Doch gerade mal Von der Schippe gehopfen Also da gibt es So Frittenteile Schmackos Oder Tacos Oder wie die Eise In so einem Restaurant Hab ich mir da eins eingeworfen In einer Sekunde Da hatte ich eine Faustgroße Brandblase aufgezogen Da hat Ne Zemt Sofort durchgeschwitzt Das sind Pfeffaronis Sagt diesen Sombrero Pupa zu mich Ich sag das ist Brandstiftung Nun die Wertung Für Japan Japan Le Japon Also wir Hilde Ich mit unserem Zwerchpudel Sandy Damals Abends in so einem Fristempel Von der Japsen Und dann Der Sandy hat natürlich An Tisch wieder Männchen Gemacht Und die Japsen Haben sich totgekichert Und dann haben wir Das Surprise Menü da Oder wie das heißt Bestellt Das hat ewig gedauert Und dann Kam eine Mordsplatte Verziert mit Blümkes Und wir haben reingehauen Und dann Später Was soll ich sie sagen Sandy war weg Wir haben alles abgesucht Und wir haben nie mehr Was gesehen Von unser Sandy SWF 3 Radio Times Auch beim nächsten Mal Unverwechselbar SWF 3 Das Original Mieser kleiner Werbespruch SWF 3 ist sensibel Heute Heute Wie sensibel sind sie Viele Das verdammt noch mal Schartbeseitete SWF 3 SWF 3 SWF 3 SWF 3 sieht Sterne Heute die Elmi Astro Show Und jetzt Diese sogenannte Fehlheilung Ist am Anfang Ist am Anfang etwas ungewohnt Aber sie hat auch viele Vorteile Wenn du beim Fahrradfahren klingeln willst Kannst du bequem die Füße auf dem Lenker lassen Löwe Deine Zahnspange verhakt sich im Telefonhörer Und du bist zwei Stunden lang Mit der Auskunft in Karlsruhe verbunden Bitte legen Sie mich auf Wir sind zur Zeit alle belegt Steinbock Du wirst am kommenden Donnerstag Mit Lobreden, Blumen und Ehrungen Nur so überschüttet Wahnsinn Aber so ist das nun mal Bei einer Beerdigung Jungfrau Immer noch? Fisch Im Laufe der nächsten Woche Wächst dir eine Gurke aus dem Ohr Das kommt umso überraschender Weil du eigentlich Karotten gepflanzt hast Krebs Dein Einstand im Schützenverein War phänomenal Wie heißt es so schön In den Vereinssatzungen Werde Mitglied im Schützenverein Treffe Freunde Dass du gleich neun Freunde getroffen hast Fünf an der Schulter und vier am Knie Finde ich einfach toll SWF 3 Radio Times Auch beim nächsten Mal Unverwechselbar SWF 3 Das Original Mieser kleiner Werbespruch SWF 3 SWF 3 ist lehrreich Heute das kleine Fernseh-ABC A wie Aktenzeichen XY Mit fünf Morden aus drei Ländern Das übereinstündige Verbrechen am Zuschauer Ist bis heute ungelöst D wie Derrick Magenkranker Rentner mit Polizeimarke Präsentiert die schönsten Münchner Villen E wie Egner Das ist so ein Mann Der macht's immer mit kleinen Kindern Und da kriegen die dann immer ne Torte für F wie Flitterabend Südwestfunk zerstört junges Glück Unterhaltungswert bleibt schleierhaft Moderator lässt guter Laune keine Schanze H wie 100 Meisterwerke So lang können 10 Minuten sein Als die Bilder stehen lernten J wie Junke und Co K lauernder Stammtisch Sinatra Gibt auch den Zuschauern ganz schön was zu schlucken K wie Kesselbuntes Real existierende Fernsehunterhaltung Macht Lust auf Wohnsitz im Tal der Ahnungslosen O wie ohne Filter Neuerdings mit E wie Egner Das ist so ein Mann Der macht das früher nur mit kleinen Kindern Jetzt macht das auch mit Rockmusikern R wie Report Politmagazin Bekannt durch Moderator Franz A wie Alimente S wie Schwarzwaldklinik Endlose ZDF-Operation mit etlichen Kunstfehlern Schäden beim Zuschauer übernimmt die Kasse nicht T wie Tutti Frutti Knackige junge Mädels zeigen uns ihre T wie Brüste Einschaltquoten sanken schon bald Beliebtheit des Moderators noch balder W wie Wieso Fragt sich der Zuschauer schon lange X wie Expeditionen ins Tierreich Heinz Fossilmann zeigt Dass Tierarten schneller aussterben als Tiersendungen Z wie Ziehung der Lottozahlen Die Lottofee zeigt ihre Kugeln ARD-Antwort auf Tutti Frutti SWF 3 Radio Times Auch beim nächsten Mal Unverletzbar SWF 3 Das Original Wieser kleiner Werbespruch SWF 3 ist kritisch Heute ist die CD so gut wie sie aussieht Umweltverträglichkeit Gut, CDs, auch Doppel-CDs passen in jede Mülltonne Achtung, Volksmusik-CDs müssen als Sondermüll deklariert werden Vorsicht, auch beim Verbrennen von CDs in geschlossenen Räumen Erstickungsgefahr Fahrkomfort Sehr gut, auf die meisten CDs kann man voll abfahren CW-Wert Sehr gut, im Gegensatz zur herkömmlichen Langspielplatte besitzt die CD deutlich bessere Flugeigenschaften Weiterer Vorteil, vielseitige Verwendbarkeit Durch geschicktes Schärfen der Außenkanten lassen sich selbst aus biederen Schlager-CDs fantastische Ninja-Kampfsterne herstellen Nähen von Knopflöchern Ungenügend, alle 24 von uns getesteten CDs sind für das Nähen von Knopflöchern völlig ungeeignet Geschmack Ungenügend Auch durch starkes Würzen lässt sich der Geschmack von CDs kaum verbessern Ausnahme Hot-Chocolate-CDs sind als Dessert durchaus zu empfehlen Hautverträglichkeit Mangelhaft Selbst Kuschelrock-CDs verursachen nach halbstündigem Schaben schmerzhafte Rötungen auf dem Unterarm Reinigung Gut CDs lassen sich problemlos mit einem feuchten Tuch abwischen Wenn sie keins haben, müssen sie halt eins feucht machen Bei grober Verschmutzung kann schon eine handelsübliche Kreissäge eine große Hilfe sein Nächste Woche testen wir an dieser Stelle die 20 meistgekauften CD-Reinigungskreissägen SWF 3 Radio Times Auch beim nächsten Mal Unverwesendbar SWF 3 Das Original Mieser kleiner Werbespruch Sch untertitel von Kreomen Wern vor dem hier Ich hab sogar nach alten